Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Düsseltal. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 590 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017